Ja, ich bin hier gerade an einem Aussichtspunkt und der Aussichtspunkt liegt direkt hier an dieser Kläranlage. Also extra gemacht für diese Kläranlage vermutlich. Nein, interessant ist es ja, stinken tut es auch nicht. Also von daher keine so schlichte Idee. Hm, also hier flüge nicht, geht extra eine Treppe hoch hier. Und sonst gibt es ja auch nichts zu sehen außer der Kläranlage. Tja, was ganz Neues. Direkt an der Ruhr. Die Ruhr ist da. Da hinten irgendwo fließt auch das Wasser eine Kläranlage heraus in die Ruhr. Also hier gibt es sogar Fahrradständer und nicht wenige, wie man seht hier. Also hier ist wahrscheinlich öfters großer Andrang an diesem Aussichtspunkt. Ich wüsste sonst nicht, was es hier so Interessantes gibt, weswegen da so viele Parkmöglichkeiten für Fahrradfahrer sind. Ich sehe hier sonst nichts. Also es ist dafür gedacht, denke ich mal. Ha, Wahnsinn. Was es nicht so alles gibt. Was? Oha, okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020